Einen wunderschönen guten Morgen, eine Stunde noch, dann geht es wirklich los hier. Vienna City Marathon 2019, 36. Auflage und das unter ganz besonderen Sternen. Wir greifen nämlich heute nach den Sternen. Ritual Stars, wir greifen nach den Sternen und das Ganze beim 36. Vienna City Marathon. In gut 55 Minuten geht es los, 53 Minuten noch bis zum Start der Elite-Herren. Und wir sehen, davon ist einige hier bei uns beim Science-Sport. Wir starten mit unserem ersten Elite-Athleten, Gilbert Kirwa aus Kenia. Der kommt zu uns nach oben. Von unseren internationalen Stars zu unseren heimischen Stars aus Österreich. VCM Team Austria, wir begrüßen uns nächst, Christian Steinhammer. Alles Gute, toll, 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 alles Gute an unsere Athleten, an unsere Athletinnen und Athleten, die heimischen, die internationalen. Welcome to Vienna, 8.11 Uhr, 8.11 Uhr. Momentan sind ganz, ganz viele beim Aufwärmen, das heißt, es ist ja noch echt frisch, 8, 9 Grad, aber wunderbares Wetter. Aufwärmen heißt, da ist man meistens noch etwas wärmer gepackt, wenn ihr aber noch Sachen zum Abgeben habt. Dann ganz wichtig, bitte zur Garderobe bringen, hinter Startblock 6 bis 8.35 Uhr. Dann schließt das Ganze und fährt mit 18 Sattelschleppern in Richtung Ziel, damit ihr dann dort am Rathausplatz auch eure Sachen wieder aufnehmen könnt. Wenn wir jetzt auf die offizielle Zeit blicken, dann sehen wir 8.25 Uhr, das heißt noch genau 35 Minuten bis zum Start um 9 Uhr. Es ist schon richtig, richtig kribbelig. Wir greifen nach den Sternen und wir sehen auch schon viele, viele hier beim Aufwärmen. Ein Marathon stellt eine enorme Belastung natürlich für die Gesundheit, für den eigenen Körper dar, aber es ist auch etwas ganz, was Tolles. Damit auch alles richtig funktioniert, dafür haben wir jetzt die Hinweise von unserem Rennarzt, von Dr. Christian Gebler, hier bei uns auf der WDWOL. Wir haben das City-Marathon. 36. Glaub an dich. Und jetzt nochmal für die Bilder. Wenn ihr am Start steht, bitte alle mal gemeinsam die Arme nach oben. Die Arme nach oben. Und wir catchen mit. Jawohl. Auf geht's. Come on everybody, clap your hands. One, two, one, two, three, four. Wahnsinns-Window hier. 40.590, das ist die Zahl der Nennungen, die dieses Jahr beim WNR City-Marathon in den verschiedensten Distanzen an den Start gehen werden. WNR City-Marathon, eine riesengroße Veranstaltung und direkt von mir Sportstadtrat der Stadt Wien, Peter Hacker. Einen wunderschönen guten Morgen. Gleich die erste Frage. Welche Bedeutung hat der WNR City-Marathon für Wien? Ja, ich denke, es ist eine Riesenbedeutung. Die ganze Stadt ist Bühne. Die ganze Stadt ist in Bewegung. Das ist wunderbar. Die ganze Stadt bewegt sich. Und das ist eine wunderschöne Stadt. Für mich die schönste Stadt der Welt. Wenn Sie das jetzt sehen, man sieht da jetzt ganz, ganz viele Läufer, die begeistert sind. Das geht gleich los, diese Emotionen. Welche Emotionen gehen da in Peter Hacker selbst vor? Ja, ganz offen und ehrlich gesagt sehr viel Stolz. Wir sehen das hier im Bild. WNR City-Marathon Top Athletes. Das ist das Zelt, in dem sich die Spitzenathleten hier noch aufwärmen. Die letzten Minuten vor dem Start. Mit dabei natürlich auch die Athleten vom WNR City-Marathon Team Austria. Das sind jene Top Athleten, die für Österreich die Kastanien aus dem Feuer holen. Die für Österreich auch Spitzenleistungen mitbringen. Das ist also die österreichische Bundeshymne 8.51.30. Es dauert nicht mehr lange und jetzt darf ich Ihnen eine Dame vorstellen, die es wirklich in sich hat. Sie kommt ins Bild und sie meinte, ich bin in meinem Leben noch nie laufen gewesen. Sagt Maria. Sie ist 25 Jahre alt. Die meiste Zeit sie ist die Oberösterreicherin im Rollstuhl, weil gehen sehr anstrengend für sie ist. Einen Marathon, den mit Maria nie selbst laufen können. Die Starsch ist dazu. Den wird sie aber heute für uns alle geben. Wir freuen uns, dass sie heute mit dabei ist. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus bitte. Hier ist Maria Keehofer. 3, 2, 1 Und auf geht's! Vienna City Marathon. Elite der Herren. All the best. Good luck. Auf geht's! Vienna City Marathon. Noch exakt 5 Minuten, 5 Minuten, Startblock 3 und 4. Da geht's auch für euch los hier. Get ready! Get, get! Radio Gaga, Radio Google, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Google, Radio Gaga. To the left, to the right. To the left, to the right. Fantastisch, ich bin da. Enjoy the Vienna City Marathon 2019. This is your day. This is your moments. This is your run. Gaubern dich. Believe in yourself. Nehmt diese Lädense mit. Die werdet ihr für immer in Erinnerung behalten. Ganz besondere Momente. Finde Magic Moments hier. Greift nach den Sternen. Beim Vienna City Marathon 2019. Die längste Party der Stadt warten wir vor euch. Die ganze Strecke liegt vor euch. Es geht los. 107 Zelte warten am Rathausplatz auf euch, um gemeinsam mit euch dann im Anschluss zu feiern. Aber jetzt mal viel Spaß, genießt das. Es wird ein toller Tag. Es wird ein großartiger Tag. Es wird euer Tag. Drei, zwei, eins. Auf geht's. Alles Gute für den Vienna City Marathon. Auch hier. Es geht wieder los. Startblock 5 und 6. Toi, toi, toi. 42.195 Schritte am Weg ins Ziel. 107 Zelte stehen für euch bereits im Andradosplatz. All the best to you for the Marathon. Half Marathon. Relay Run. Alles Gute. Marathon, Startmarathon, Halbmarathon. Toi, toi, toi. Genießt das. Es ist euer Moment. Es ist euer Sonntag, euer Lauf. Toi, toi, toi.